Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Videorezension mit Modellbahnprodukten in der Baugroße M. Ja, ich habe mir jetzt einen anderen Terminus angewöhnt, denn ich oriente mich da an der Miba. Da heißt es nämlich dann nicht mehr Nenngröße, sondern Baugröße und deswegen habe ich das jetzt auch mal so übernommen. Heute geht es um den Schnellzugwagen BIM-DZ2423 mit der Produktnummer 15 899 von Minitrix, erhältlich seit 2021 zu einem UVP von 54,99 Euro. Ja, und es ist ein reiner, oh hätte ich hinten ablesen können, schützt mich auch drauf. Ja, es handelt sich hierbei um einen wirklichen Interregio-Wagen, denn von den DR-Wagen, die in Halberstadt gebaut wurden, gab es auch noch den BUMZ, der kein richtiger Interregio-Wagen ist, der aber so aussieht. Aber dazu komme ich dann beim nächsten Mal. Heute geht es erstmal um den Wagen mit dem Fahrradabteil. Ja, sowas Schönes hatten wir hier im Westen nämlich nicht. Wir hatten schon einen Wagen im Interregio mit Fahrradabteil, aber bei den ehemaligen UICX-Wagen, da war es ja so, dass eben ja nur beim Bistro-Café außen ran stand, was es für ein Wagen ist. Und beim Wagen mit dem Fahrradabteil, da musste man dann eben suchen. Es war nämlich dann los, an einem kleinen Piktogramm oben neben der Klassenziffer zu erkennen, dass da eben dieses Abteil drin ist. Oder man musste eben zum Wagen-Anzeiger gehen auf dem Bahnhof, hoffen, dass dann die Wagen auch in der richtigen Reihenfolge vorzufinden sind. Und ja, dann hinein. Und wie gesagt, bei der bei den umgebauten Wagen, bei den umgebauten Bautzenern, Halberstädtern, da war eben dann draußen schön ersichtlich, was man besser sehen kann, weil ich den Wagen ausgepackt habe, eben das Bike lesbar. Ja, Fahrrad wäre auch schön gewesen, so schön Fahrrad dran an der Seite. So, die Drehgestell drehen sich um 380 Grad. Ich habe das mal gesagt, 180, nein, 360, 380, 360 Grad. So, und ja, das ist das Dachsitz drauf. Hier ist das Drehgestell verdreht und dann mal auf die Schiene gerollt. Ja, mir sind bei dem im Nachhinein noch andere Sachen aufgefallen. Nicht nachdem er gefallen ist, sondern auch im Vorfeld. Ich hatte es dann auch schon im Abspann quasi erwähnt. Was fehlt? Und zwar Lüftungsgitter auf dem Dach von der Klimaanlage über den Türen oder in der Nähe der Einstiege. Dann, gut, das Durchlaufschild ist eine andere Geschichte, aber auch an den Wagenenden, dass da eben die Kabel nicht vorhanden sind. Ein Piktogramm ist da, da ist da irgendwas ist mit Strom, aber ein Kabel ist nicht erkennbar, ist keine Einkerbung da, keine Modellierung. Ja, ist dann schon so ein bisschen fraglich. Aber dann schauen wir uns diesen Wagen auch erst mal im Detail an. Das DR-Logo ist auch bei diesem Fahrzeug sehr gut zu erkennen. Man kann auch außen im Ring lesen, dass da Deutsche Reichsbahn steht. Der Schriftzug Bike sieht auch gut aus, hebt sich auch auf dem Pastellblauen Streifen hervor. Die Klassenziffer und die kleinen Piktogramme sind deutlich erkennbar, aber trotzdem ist da noch das kleine Piktogramm mit dem Fahrrad auch mit aufgebracht. In den Fenstern, da bin ich letztes Mal auch nicht drauf eingegangen, ich hatte es nämlich nicht gesehen, wegen der Reflexion, sind auch kleine Piktogramme drin, allerdings nur in Schwarz. Bei Brava war das ja in Rot-Schwarz, allerdings ist Rot und Schwarz so ein bisschen versetzt. Minitrix ist hier jetzt den Weg gegangen und hat es nur in Schwarz gemacht. Da verrutscht dann auch nichts in dem Maßstab, dass das jetzt so ein bisschen verrutscht eben dann nachher auch aussieht, wo man es in der Größe nachher gar nicht so sieht, außer man geht eben penibel mit der Lupe dran. Dann unten auf dem Längsträger. Die Beschriftungen sind sehr sauber. Die kleinen Stellhebel sind sauber bedruckt, auch auf den Aggregatskästen kleine Symbole, kleine Aufdrücke drauf. Die Trittstufen, das hatten wir im letzten Mal auch schon, da habe ich auch nichts daran auszusetzen, die sehen soweit auch gut aus. Auch eine kleine Struktur erkennbar, also eine kleine Gitterstruktur. Die kleinen Türgriffe und die Griffstangen sind auch modelliert und nicht nur aufgedruckt. Das Zuglaufschild, ja gut, das ist bei den BIM-Z im Gegensatz zu den BIM in einem kleinen Kasten eigentlich versenkt. Ja, es ist hier angedeutet, dass es so sein soll. Nicht, dass es halt angehängt ist. Ich habe letztes Mal gesagt, das Ding klappt nach unten auf. Nein, es klappt nach oben auf. Unten ist ein kleiner Griff auch zu erkennen, eine kleine Linie, die den Griff darstellen soll. Dass der jetzt nicht anmodelliert ist, ist vollkommen okay. Gut, kommen wir mal zu den Wagenenden. Auch hier wieder eine kleine Spaltbildung vom Dach zum Wagenkasten erkennbar, wo ich, wenn ich den Wagen richtig halte, dann auch durchgucken kann. Das heißt also, da würde Licht aus dem Inneren des Wagens, wenn man ihn beleuchten würde, auch dann herausströmen. Also beleuchtete Dachkanten. Ich weiß nicht, ob das dann unbedingt so vorbildgerecht ist, so einen kleinen Weihnachtszug daraus zu machen. Die Zugschlussleuchten, also die Ringe sind sauber aufgedruckt. Dann haben wir auch wieder eine kleine Beschriftung an der einen Seite. Auf der anderen Seite sieht man ein kleines Warnsymbol. Ja, aber wie gesagt, da müsste darunter eigentlich ein Kabel dann zumindest anmodelliert sein. Die Faltenbäge, ja, die sind relativ schlicht, aber ich meine, soweit okay. Ich glaube, so viele Gummilippen waren da gar nicht dran, die zum Wagenkasten abschließen, aber wirken auch ein bisschen verschrammt. Obwohl das verschrammte passt dann auch so ein bisschen zum Original. Dann wirken die nicht ganz so speckig. Kommen wir nun zu den Drehgestellen. Die Drehgestelle von der Seite, ja, die Modellierung ist soweit okay, aber auch hier sitzt die Magnetschienenbremse wieder neben den Schienen. Das ist alles so in einer Ebene dann gefertigt. Da hatte ich letztes Mal auch schon gesagt, das hatte Arnold etwas besser gelöst. Der Markenname sitzt auch nur wieder als Aufkleber unten drunter. Dann zeige ich jetzt mal ein bisschen was von dem Wagenboden. Ja, da sind die Leitungen und auch ein paar Aggregate dann noch anmodelliert. Die Kästen an den Seiten teilweise bzw. diese Klappen sind sehr dünn. Das ist mir letztes Mal aufgefallen, dass da nämlich bei dem BIMZ auch schon was verbogen war. Obwohl wir, das war vor dem Absturz, wo ich das festgestellt habe, dass da was verbogen ist. Und dann kommen wir zum Dach. Ja, die weiße Kante ist schön vom grauen Dach abgesetzt, aber es fehlen die Gitter von der Klimaanlage am Dach über den Einstiegen. Auf keiner der beiden Seiten. Jetzt hätte ich gesagt, man kann das Dach ja dann einfach drehen, wenn es auf der falschen Seite ist. Nein, es ist überhaupt nichts vorhanden. Noch nicht mal als Aufdruck, so wie es dann eben bei dem Gitter auf der Seitenwand ist, wo ich das Schwarz einfach zu viel finde. Die Linien sind einfach viel zu dick, so im Nachhinein. Es ist viel zu offensiv, viel zu prägnant dieses Gitter. So, da werfen wir nochmal einen Blick in das Innere des Wagens, denn da müsst ihr im Bereich, wo das Bike draußen dran steht, auch ein bisschen Platz sein für Fahrräder. Und was sieht man? Es sind Sitze. Ja, es ist die gleiche Innenanrichtung verbaut worden wie eben beim BIMZ. Und das ist ja so gesehen nicht korrekt. Da müsste man eigentlich die ganze Geschichte rausfräsen, damit man da wenigstens mal ein paar Fahrräder reinstellen kann. Wenn man also einen Wagen bestückt mit Personen, dann sollten da auch ein paar Fahrräder oder Kinderwagen oder irgendwas dann eben stehen. Ja, die Innenanrichtung, kann man jetzt schön sehen, ist komplett in mint. Das leuchtet sehr stark hervor. Ich war mir jetzt gar nicht so bewusst, dass die Wagen auch so mintig waren innen. Ich hätte jetzt mehr gedacht, dass die halt auch mehr in blau dann gehalten wurden. So, Dach wieder drauf und den Wagen auf die Schiene gerollt. Dann sehen wir jetzt nochmal den Abstand zu dem anderen an. Ja, der ganz normale wirkt jetzt also nicht so, dass die Wagen Probleme hätten, im S-Bogen dann zu entgleisen. Aber mal gucken, wie die beiden sich dann zueinander verhalten. Was aber, muss ich jetzt nochmal sagen, was fehlt, oder gibt es die mittlerweile? Ich habe da jetzt gar nicht nachgeschaut. Ein AMZ, der heißt ja nicht AIMZ, also das I steht ja eigentlich für Interregio, oder für Interregio Einsatz. Also der AMZ, der auch aus alten DR-Wagen rumkonstruiert wurde, der allerdings nur zehn Fenster hat. Normalerweise hatten die ja, als ich letztes Mal sagte, hatten die ja elf Fenster. Wurden dann für die zweite Klasse auf zwölf Fenster oder zwölf Teile eben erweitert. Und der AMZ hat zehn Fenster. Ja gut, also eigentlich so gesehen wie bei den UIC-Wagen. Da war es ja auch so. Klock, das war zu laut. Da muss ich wieder ein bisschen dann am Ton arbeiten. Und dann haue ich eben nochmal einen der alten, wirklich uralten, Minitrix Interregios davor. Ja, die werde ich nochmal umlackieren, beziehungsweise das Dach rauf färben. Ein bisschen abtapen und dann schön das Dach angrauen. Das gefällt mir dann schon besser als das komplett weiße Dach. Aber das ist eine andere Geschichte. Von der Wagenhöhe finde ich die aber trotzdem passend. Obwohl die jetzt ja auch gut ihre 30 Jahre auf dem Buckel haben, oder auf dem Kasten haben. Der Abstand ist so gesehen der gleiche. Deswegen hat es mich gewundert, dass die... Ich muss die Schiene ein bisschen rüber schieben. Slice. So. Ja, wenn man sich den Wagenabstand anschaut. Und den, das kommt also schon hin. Ja, also mal gucken, wie sie sich, wie gesagt, verhalten mit den normalen Standardkupplungen. Ja, gut. Zugaufschild hätte ich ja vorher noch gezeigt. Jetzt mal ist mir vor paar passiert, dass ich dann gesagt habe, von Berlin nach Lichtenberg. Das wäre eine ziemlich kurze Strecke, denke ich mal, oder? Ja, anfahren, anhalten. Anhalter Bahnhof, quasi. Na gut. Auf zu Karlauern. Ja, dann würde ich auch mal sagen, ich haue den Zug jetzt auch mal, oder den Wagen, oder die Konstellation mit dem Wagen dann dazwischen, auch mal auf die Strecke. Und dann gucken wir mal an, ob es wieder passiert, dass alles runterkippt, oder ob es diesmal denn funktioniert. So, ich lasse den Zug auch diesmal wieder sehr langsam hochfahren, obwohl ja die Wagen beim letzten Mal bei einer sehr mäßigen Geschwindigkeit von der Platte gestürzt sind. Aber ich will trotzdem nicht riskieren, dass hier jetzt wieder irgendetwas passiert. Und vielleicht entdecken wir heute, warum das Ganze auch passiert ist. So, jetzt mal ganz langsam über diese, durch die S-Kurve fahren lassen. Und es hakt, da hat schon wieder ein bisschen gehakt. Bei dem Wagen geht es. Lass ihn noch mal kurz zurücksetzen. Und gerade beim Schieben, da hängt er, da wird es dann schwerer. Auch die Lok, die wollte er eben nicht mal richtig schieben. Und da schauen wir uns das Ganze mal im Detail an. Mal gucken, ob ich jetzt mit Fotos irgendwas erreichen kann, dass man da irgendwas erkennt. Was denn da hakt? Ja, und da haben wir den Lurch, der das Ganze halt verursacht. Und zwar, die Standard-Endkupplung stößt an die eingeklappten Trittstufen. Ja, wenn man die wegfräsen würde, dann würde es funktionieren. Aber das ist ja auch nicht Sinn der Sache, die zu entfernen, nur damit das mit der Standard-Endkupplung eben funktioniert. Aber das ist, ja, etwas knapp bemessen. Da müssen wir entweder längere Standardkupplungen einbauen, so wie das aussieht. Was irgendwie auch nicht Sinn der Sache ist. Dann schienen die Wagen ja noch mehr auseinander. Oder, ja, andere Kupplungen allgemein verwenden, wodurch die Wagen dann wiederum mehr zusammenrücken. Aber wo das dann nicht passiert. Wir probieren es gleich nochmal aus, ob das bei den Wagen dann genauso funktioniert, wie beim letzten Mal, wo ich bloß den BIMZ auf der Platte hatte. Aber da bin ich jetzt mal gespannt, was mit dem Bike und dem zweite Klasse Wagen dann passiert. Aber so hat man gesehen, ist es nicht möglich, den Zug unbeschadet durch eine S-Kurve zu bekommen. Obwohl das jetzt noch nicht mal Radius 1 ist. Das ist ja viel größer. Oder etwas größer könnte Radius 2, vielleicht sogar Radius 3 sein. Aber zum Beispiel Weichenstraßen. Da würde das Ganze dann auch auftreten. Das also bei jeder Bahnhofseinfahrt. Also man müsste den Zug dann quasi gerade reinfahren lassen. Also durchgangsleis quasi. Aber soweit er dann über Weichenstraßen fährt mit der Standard-Innenkupplung, könnte es dann zu Problemen kommen. Dann folgt jetzt der Fahrversuch mit den drei Kurzkupplungsköpfen. Einmal natürlich der GFN-Kurzkupplungs-Profi-Kupplungskopf. Dann von PO die Clips-Kupplung und von NME die Stark-Kupplung. Ich habe momentan erst mal die GFN-Profi-Kupplung verbaut. Also die Fleischmann-Profi-Kupplung. Und auch was quietscht hier gerade gewaltig. Ist da noch was rausgesprungen? Nö. Aber es quietscht. Ja, ohne Ruckeln fährt er da durch. Durch die besagte Stelle. So, noch ein Stück zurück. Okay. Dann schauen wir da mal auf die Kupplung. Was denn da passiert. Beziehungsweise ob da genug Platz ist. Da die Kupplung etwas anders geschnitten ist, scheint es auch hier besser zu klappen mit dem Profi-Kupplungskopf. Und die Wagen stehen dennoch, wie man sehen kann, sehr schön, sehr dicht beieinander. Ja, und dann kommt der nächste Versuch mit der PO Clips-Kupplung. Und mit der Clips-Kupplung bin ich auch gleich mal etwas mutiger. Und lasse den Zug jetzt mal ein bisschen schneller hochrauschen. Das wäre nicht ganz zu schnell hier. Da wollen wir mal ein bisschen Gas geben. Ja. Windel dich da mal schön hoch. Ja. Ich habe jetzt also keine Befürchtung, dass da was passiert. Denn die Clips-Kupplung ist ja noch etwas schmaler als die GFN-Kurzkupplung. Also der Profi-Kupplungskopf. Ja, das funktioniert super. Und auch der Wagenabstand ist klasse. Und dann natürlich noch der Test mit der NME-Star-Kupplung. Und wie man sehen kann, stehen die Wagen auch hier sehr schön dicht beieinander. Und die ist ja nur noch schmaler geschnitten als die anderen beiden Kupplungen, die ich hervor gezeigt habe. Und man sieht auch, dass hier nichts wackelt. Hinten, ja, da wo der BIM am Fahrradwagen dran hängt, da hat es eben schon wieder ein bisschen gewackelt. Da hat es eben wieder ein bisschen gehakt. Da ist auch noch die Standard-N-Kupplung verbaut. Da aufpassen nicht, dass es da nachher wieder zum Absturz kommt. Aber mit der Starkkupplung von NME funktioniert das auch super. Ja, ich rolle ihn trotzdem eben nochmal zurück, damit man die Wagen nochmal so im Bild hat. So dürfte das etwa hinkommen. Ja, gut. Alles durchgehen muss ich jetzt nicht nochmal. Die Dachlüfter, die fehlenden, möchte ich nochmal erwähnen. Da hat es mit dem Zuglaufschild. Auch da hätte man das eventuell doch, hätte ich so überlegt, vielleicht noch ein bisschen prägen können, damit das wirklich dann ein bisschen plastisch wirkt, das wirklich wirkt wie ein Kasten. Das heißt also, da wo das Schild selber sitzt, dass da am Wagenkasten eine kleine, leichte Vertiefung von zwei Zehntel vielleicht hätte sein können. Aber ich weiß nicht, was Minitrix jetzt noch mit den Wagen vorhat. Jetzt einen normalen Halberstädter rauszubauen, das passt nicht wegen der Fenster. Ja, da haben wir ein Fenster zu viel oder ein Fenster zu wenig. Aber ja, mit den aufgedruckten Sachen, ich weiß nicht, wo der Trend dahin geht. Mich irritiert auch, dass der Schrift zur Runden drunter das Minitrix-Logo, das Tricks-Logo nur aufgeklebt ist. Wo ich mir dann auch so gefragt habe, ich mache mir immer zu viele Gedanken, ich weiß. Wo ich mich gefragt habe, sind das vielleicht doch Produkte, die gar nicht bei Tricks entwickelt wurden, sondern die zugekauft wurden? Die vielleicht ein ganz anderer Hersteller? Vielleicht verbinden die sich untereinander und schieben sich da die Modelle zu? Na gut, das sind Mutmaßungen. Aber bei Arnold habe ich das gesehen gehabt mit den aufgedruckten Lüftungsgittern. Bei Minitrix ist das jetzt auch mit den aufgedruckten Lüftungsgittern. Ist natürlich für diejenigen, die ihre Wagen dann so ein bisschen verwittern, auch ein bisschen blöd, so ein aufgedrucktes Gitter. Denn so ein geprägtes Lüftungsgitter lässt sich dann doch schon viel besser akzentuieren. Dass man da so ein bisschen Verschmutzung reinwischen kann, ein bisschen Wash geben kann, kommt auf jeden Fall besser als bei so einer bedruckten Geschichte. Obwohl, das hatte ich vorhin auch gesagt, zudem, nicht obwohl, sondern zudem, mir der Druck auch viel zu schwarz ist. Gut, sieht man jetzt von der Seite nicht, werde ich eben nochmal zum Kommentar nochmal das Foto einblenden, was ich vorhin schon mal gezeigt habe. Ja, und eben an den Wagenenden, dass da die Kabel auch nicht andeutungsweise sind. Müssen keine Anbauteile sein, aber zumindest so eine kleine Gravur, dass man dieses Kabel da irgendwie erahnen kann. Wäre schon nicht schlecht gewesen, hätte meiner Meinung nach jetzt, ja, schwarz wäre natürlich schön gewesen, aber kann man eventuell auch selber noch ein bisschen nachfärben. Aber zumindest, dass man dann die Kontur zumindest dieses Kabels da an der Position hat. Ja, in dem Sinn, bedanke ich mich erstmal wieder vielmals fürs Reinschalten, fürs Dabeisein und es würde mich freuen, wenn auch am nächsten Mal wieder mit am Start seid. Bis dann und ciao. Achtung Achtung Untertitelung des ZDF für funk, 2017